Letzt vierte in Kiliken und bessere, aber auch bedeutend schlechtere Zeiten gibt er sich gedacht, in ihrer mittlerweile recht langen Karriere. Und ich würde sagen, oben wie aus einem Guss gefahren werden. Und auch da schaut sie, dass sie ganz ruhig bleibt. Also ihr großer Vorteil ist, der ruhige Oberkörper hat noch 1700 Vertikale gewaltig. Also jetzt müsst ihr genügend Speed da haben für die nächste Zwischenzeit. Mit Daniel hat er ausgebaut, den Vorsprung nach fast drei Zehntel Sekunden, bevor sie hineingeht. Indiziert sie lang, Christina Ackermann gegen Ali Daniels. Jetzt nicht langsamer werden. Er schaut, dass jetzt nicht so viel rausgenommen hat, als ob sie verhalten war. Bis zum nächsten Mal.